Hier mal hoffentlich ein bisschen was Unverfänglicheres, ja, etwas Errungenschaft freigeschaltet, Open the Game, ach du Heiliger, ja, wie hieß das Spiel noch gleich? Helps Elon Musk make his way from Earth to Mars, to pay respects to the case to the moment of plurality, 10 levels achievements, different types of enemies, collect enough respect points to earn our achievements. Hammer respect, fire gun, laser gun, rocket missile, ah, ja, ah, ok, ja, na dann, scheint so ein bisschen ein Jump and Run zu sein, ok, und wir spielen jetzt hier den Elon, den Herrn Musk, ok, Hüpfen geht mit der Space Taste, mit der Space Taste, versteht ihr? Hier können wir Respect Points sammeln, aha, und hier fallen wir in eine Grube rein. Ja, Trash Games zum Feinsten. Oh, Panzer, können wir den irgendwie abschießen? Ja, beim letzten, oh, jetzt haben wir schon Power verloren. Ah, so können wir ihn abschießen, sehr nice. Ja, wir haben dann noch ganz andere Lolli-lustige Spiele. Äh, ja. Ach, du Körger. Ich brauche mich die ganze Zeit, wo ich mich hier drauf eingelassen habe. Aber gut, ähm, auch mal ein bisschen Trash. So, Abwechslung. Ja. Trash Games. Kann man auch mal machen. Muss man nicht, kann man aber. Ich kann auch keinen Doppelsprung. Und es tut es auch wieder. Wie kommen wir denn da hoch? Nice. Na, komm. Da waren wir schon fast oben. Ah, können wir doch irgendwie einen Doppelsprung machen. Der Panzer. Wir machen alle bevor er nicht alle macht. Ach, Kacke. Das sind wir Game Over gewesen. Jo, wissen wir schon, wie wir hochkommen. Okay. Ah, Doppelsprung. Geht doch. Mit W. Das ist der Panzer wieder. Müssen wir abschießen. Oh, was haben wir jetzt für eine Kanone? Hinter dich. Flammenwerfer. Nice. Ach, dreckig. Das ist doch jetzt hier nicht. Das ist doch nicht wahr. Respekt points. Erlang dir deinen Respekt. Hol dir deinen Respekt zurück. Mehr Respekt. Wir werden dann sterben. Wir werden sterben. Jämmer dich. Aha, verdammt. Was war der Scheiß? Na komm. Ja, ist ja. Na komm, na komm, na komm. Verdammt. Wir hatten den fast. Und na komm, na komm, na komm, na komm. Na komm. Das Spiel ist schon ein bisschen besser. Ein bisschen. Ist jetzt keine... Das ist jetzt keine Nintendo-Qualität. Aber, ja. Verdammt. Das ist jetzt keine Super Mario Jump-Man Qualität. Ist schon besser als das vorherige Spiel. Ja, heute hier ein bisschen... Gaming-Content und Politik vereint. Ja. Na komm, jetzt mal hier weiter. Ein bisschen Continuance. Na komm. Hier noch ein bisschen Anruf nehmen und... Zack, 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 zack. Ach, verdammt. Ist leider ein bisschen verwackelt, das Spiel. Ja gut. Ich glaube, wir kommen hier auch nicht weiter. Ja, hier kommen wir nicht viel weiter. Dafür mangelt es mir an Skill. Skill-Punkte. Keine Rescab-Back-Punkte bräuchte ich hier. Ähm. Ja gut. Ähm. Back to Level Scan Selection. Okay. Und wenn wir das halt schaffen hier... ...durch die erste Übung hat hier irgendwie... ...ja... 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 ...muss man jetzt... ...ja... ...mal ist nicht so das Bedürfnis... ...juti... ...den Stadion. Den Stadion. Den Stadion. Jut. Ähm. Ähm. ...